hi leute und willkommen zurück zu ark back to basic so ich wollte jetzt erst mal einen sattel besser gesagt zwei sattel bauen der level 1006 ach so ja 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 stimmt da war ja über 600 gewesen jawohl wo war ich denn jetzt gewesen ich war jetzt noch auf dem community server weil da hat man mich jetzt gestern auch einige tiere gesucht und ja wer sucht der findet und da war nichts dabei mit über 200 nix gar nichts ich verstehe es nicht ich verstehe es einfach nicht so jetzt schauen wir peter an und dann habe ich noch nicht gelernt nein habe ich noch nicht gelernt aber jetzt und jetzt kommen wir den bauen auch noch schittin oder kreatin und das habe ich natürlich alles verbraten für zement gar nein habe ich wirklich oh mann scheiße aber nicht so schlimm doch das ist schlimm das ist richtig schlimm wartet mal wir können den dings hier bauen mal gucken was wir dafür brauchen der bug killer in kram lernten ja bitte kristall metal polymer okay alles klar hat sich auch schon erledigt das haben wir auch alles noch nicht da ich guck mal welches level das drei hier vorne hat mal klassisch dran vorbeilaufen 96 nein das war schon tot habe ich natürlich noch hier rausgekrieg ich brauche auch nur scheiße ich baue nur scheiße auch noch keiner zählen sowas so halt 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 bleib hier ich werde nur spielen dann renne halt dann renne halt sind eigentlich die wale hier schon die gestrandeten die toten wieder da sind sie nicht schade muss es mal stamina auffüllen muss es mal stamina auffüllen ok und das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich aber vom allerfeinsten wenn ich hätte jetzt wirklich gedacht dass wir hier irgendwie ja aber die sätteln müssen wir auf alle fälle bauen ich will mit dem vierchen rumfliegen und das noch ein trike ich schaue mir das mal an welches level das hat schon wieder keine stamina mehr das gibt es doch nicht das ist herrlich so ok einmal dran vorbei sehr schön so und jetzt haben wir hier kreative aus fünfmal ok ernsthaft naja mindestens haben wir schon mal mindestens haben wir schon mal ein bisschen was zusammen neun stück und wir brauchen 75 ja wir sind auf dem richtigen weg das ist nicht wahr ich muss mal gucken dass ich hier eine schildkröte finde da rennt immer noch ich muss mal gucken dass ich hier irgendwie eine schildkröte ähnliches finde dass die mir etwas mehr bringen ok ich dachte ich hätte hier hinten welche gesehen der rennt immer noch da hinten hat unbegrenzt stamina ja das ist aber auch bei den gezähmten tieren so wenn ihr die hinterher rennen lässt und bist nicht drauf dann können die unendlich hinterher rennen dann können die unendlich hinterher rennen dann können die unendlich hinterher rennen so ja eine schildkröte sehe ich jetzt hier irgendwie noch nicht so richtig das ist natürlich jetzt gar nicht schön keine schildkröte nichts das ist natürlich schade oh was der ist was der ist das ist der wahnsinn doch da ist doch einer oh schön schön ach du scheiße bin du gleich dort? das gibt es doch nicht? ich muss mal kurz ein stück schon wegrennen so herstellen nein 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 so ich habe jetzt erstmal Pfeile gelernt gut und zwar mein Bogen und dann nochmal die Pfeile rein oh ah sehr schön sehr schön sehr schön so kriegen wir das doch auch hin oh 44 nur ach Menno nicht überladen ich muss erstmal nach Hause gehen ja aber so kriegen wir unser Schettin und Kreatin zusammen das Problem ist das war erstmal eine einmalige Schildkröte ich weiß nicht ob wir hier irgendwo noch eine beherbt bekommen aber das sieht mir erstmal nicht danach aus scheiße ja so ist das so ist das aber aber wir bleiben auf alle Fälle am Ball ich habe doch ein Level Up müssen wir halt ein bisschen auf Gewicht gehen ja wenigstens komm mal rennen äh 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 ich wollte gerade sagen mich folgt doch irgendwas nein tut es nicht so ähm das Feuer brennt ja immer noch ok so ähm ne ne das Zeug tun wir mal hier hoch denn ich weiß ja nicht wann ich bauen will so das tun wir erstmal alles hier in den Schranken rein genau in in den Schrank so äh wupp 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 53 haben wir 53 gut das reicht jetzt aber noch nicht äh äh gut ich suche mal die nächste Schildkröte aus ich würde mal sagen wir gehen mal hier vor in die Richtung vielleicht finden wir da ja doch eher eine also ich äh vermute mal eine müsste noch reichen das Viehzeug rennt sonst überall rum ja überall vor allen Dingen im Weg äh äh sieht im Moment nicht gut aus und vor allen Dingen lässt auch die Temperatur nach das ist natürlich überhaupt nicht gut so 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 hm keine Schildkröte nix gibt es doch nicht Pronto ohne Diplodocus hier ja aber keine Schildkröte das darf nicht wahr sein das darf echt nicht wahr sein hm hm jetzt richtig ärgerlich wir sind jetzt schon so weit gegangen der Herr unten ist eine Wahl ja hm 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 das ist natürlich richtig ärgerlich gell hm 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 ich genau weiß der geht mir sonst an die wäsche da vorne sind noch mehr von den viechern der leidet da holt den natürlich hier genau hier her das ist natürlich nicht gut das ist natürlich gar nicht gut so ja keine schildkröte kein jettin kein keratin nichts macht man da jetzt ich weiß es nicht ja dann müssen wir halt in der nächsten folge mal schauen dass wir irgendwie dass wir in der nächsten folge eine schildkröte finden 624 sind so nicht viel wir können sowieso keine sittel bauen ich hätte gedacht ich treffen oder ich kriege schnell dauernd aber nö krieg ich nicht so jetzt gucke ich hier vorne noch mal und ansonsten haben halt pech gehabt bekommen erst mal kein sattel bauen das natürlich richtig ärgerlich ich weiß das ist natürlich richtig ärgerlich aber lässt sich nicht vermeiden ich habe eben geradeaus was gegessen das darf nicht was das ist der hammer das ist nix gibt es doch nicht ich glaube das war nicht gut ich glaube das war gar nicht gut das war keine gute idee also kommen wir den wenigstens weg locken von denen ach die rennen auch hinterher und kommen krieg mal hin ich habe immer noch keine schadenszahlen da stehen ich habe immer noch keine schadenszahlen da stehen das ist jetzt nicht ernst ernsthaft ich kann nicht reparieren fasernholz ja schade 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 naja müssen wir in der nächsten folge machen leute ich danke euch fürs zuschauen und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn es euch gefallen hat könnt ihr den damen nach oben da lassen ansonsten über ein abo würde ich mich natürlich auch jederzeit freuen und heute abend den live stream nicht vergessen gell alles klar leute macht's gut bis dahin tschüss bis zum nächsten Abend bis zum nächsten Mal